Nun denn, herzlich willkommen zur gepflegten Leichenbetrachtung. Damit meine ich nicht diese seltsamen Rituale, die der verwirrte Dalai Lama in seinen Kalachakra-Tantra-Sexkulten praktiziert, sondern wir meinen hier was anderes. Wir meinen hier das neutrale, erkennende Betrachten einer Sache, um uns bewusst zu werden, dass wir das nicht sind, sondern wir uns nur daran klammern. Nun ist ja einer der wichtigsten Pfeiler der Buddha-Lehre die gepflegte Leichenbetrachtung. Denn schaut mal, meine Lieben, wenn ihr euch eine Leiche in verschiedenen Stadien der Verwesung so richtig neutral und losgelöst betrachtet, wenn ihr es dann könnt oder versucht, und wenn man weiß, dass man selbst ja auch bald so aussehen wird, und zwar kann das jede Sekunde passieren, ja, hat mit Alter eigentlich gar nichts zu tun, sondern mit eben dem Sterbe-Karma. Ja, dass man selbst so aussehen wird, beziehungsweise das, was man nicht ist, sieht so aus. Nur dann kann man sich meiner Ansicht nach ernsthaft dann die Arbeit machen. Wer das natürlich nicht aushält, da sich eine Leiche anzuschauen, das muss nicht unbedingt sein, aber wir können uns mit der Lehre befassen, die uns der Buddha weitergibt, zum Beispiel aus der längeren Sammlung. Und da verstehen wir dann, was er meint. Der Erhabene sagt, gleich wie etwa ihr Mönche, ein geschickter Metzger oder Metzgergeselle eine Kuh schlachtet, auf den Markt bringt, Stück für Stück zerlegt und sich dann hinsetzen mag. Ja, ebenso nun auch, ihr Mönche, schaut sich der Mönch diesen Körper da an, wie er geht und steht, als Artung schaut er ihn sich an. Und dieser Körper ist von Erdenart, von Wasserart, von Feuerart, von Luftart. Weiter so dann, ihr Mönche, als hätte der Mönch einen Leib, auf den Leichen, auf der Leichenstätte liegen sehen, einen Tag nach dem Tode, oder zwei oder drei Tage nach dem Tode. Aufgedunsen, blau-schwarz gefärbt, in Fäulnis übergegangen, zieht er den Schluss auf sich selbst, und auch dieser Körper ist so beschaffen, wird das Werden, kann dem nicht entgehen. Weiter so dann, ihr Mönche, als hätte der Mönch einen Leib auf der Leichenstätte liegen sehen, von Krähen oder Raben oder Geiern zerfressen, von Hunden oder Schakalen zerfleischt, oder von vielerlei Würmern zernagt, zieht er den Schluss auf sich selbst, und auch dieser, also mein Körper, ist so beschaffen, wird das Werden, kann dem nicht entgehen. Weiter so dann, ihr Mönche, als hätte der Mönch einen Leib, auf der Leichenstätte liegen sehen, ein Knochengerippe, Fleisch behangen, Blut besudelt, von den Sehnen zusammengehalten, ein Knochengerippe, Fleisch entblößt, Blut befleckt, von den Sehnen zusammengehalten, ein Knochengerippe, ohne Fleisch, ohne Blut, von den Sehnen zusammengehalten, die Gebeine, ohne die Sehnen, hierhin und dorthin verstreut, da ein Handknochen, dort ein Fußknochen, da ein Schienbein, dort ein Schenkel, da das Becken, dort Wirbel, da der Schädel, als hätte er das nicht gesehen, zieht er den Schluss auf sich selbst, und auch dieser Körper, dieser mein Körper, ist so beschaffen. Wird das Werden, kann dem nicht entgehen. Weiter so dann, ihr Mönche, als hätte der Mönch einen Leib, auf der Leichenstätte liegen sehen, Gebeine blank, muschelfarbig, Gebeine zuhauf geschichtet, nach Verlauf eines Jahres. Gebeine, verwest, in Staub zerfallen, als hätte er das gesehen, zieht er den Schluss auf sich selbst, und auch dieser Körper, ist so geschaffen, wird das Werden, kann dem nicht entgehen. So wacht er nach innen beim Körper, über den Körper, so wacht er nach außen beim Körper, über den Körper, nach innen und außen wacht er beim Körper, über den Körper. Er beobachtet, wie der Körper entsteht, beobachtet, wie der Körper vergeht, beobachtet, wie der Körper entsteht und vergeht. Der Körper ist da, diese Einsicht ist ihm nun gegenwärtig, soweit sie eben zum Wissen taugt, zur Besinnung taugt, und uneingepflanzt, verharrt er, und nirgends in der Welt ist er angehangen. So aber, ihr Mönche, wachte der Mönch, beim Körper, über den Körper. Ja, meine Lieben, und ebenso wie beim Körper, wacht man auch bei den Gefühlen, über den Gefühlen, oder über die Gefühle, beim Gemüt, über das Gemüt, bei den Erscheinungen, über die Erscheinungen. So wacht und wacht, so beobachtet man, bis der Durst, dieser grause Durst nach dem Dasein, nach dem Wohlbefinden, erlischt, und man in sich gekehrt und sterblich wird, unerreichbar für Gott und Teufel, für Gut und Böse, oder, wie wir in den Upanishaden lesen können, bist du erst in dich selbst gegangen ein, weist von Dasein nichts mehr, nichts von Gut und Böse sein. Aber zurück zu den Leichen. Auch du, lieber Hörer, wirst bald begehrtes Madenfutter sein, sie werden deinen Darm von innen erfüllen, bis er blähend platzt. Dann übernehmen größere Maden die Aufgabe, sogar die Knochen deines Schädels anzunagen. Denn wie oft, so frage ich dich, lieber Leser, willst du noch die Schande des Zerfalls an dir erleben? Es gibt einen Weg hinaus, aus dem Elen der Vergänglichkeit von Erde, Himmel und Hölle. Lass los! Meditiere, damit du nicht bereust, denn der Sensemann kommt oft früher, als man denkt. Ist all dies, meine Lieben, zu starker Tobak für euch? Ich glaube nicht. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin ja auch nicht hier, um euch Liebliches nur zuzuflöten oder vorzuflöten. Die Stunde der Wahrheit ist gekommen und für alle lautet die gültige Wahrheit. Du bist nicht dein Körper, Gefühl, Denken, deine Seele oder gar dein Geist. Lass dies alles los und entfliehe dem reißenden Rachen der Vergänglichkeit. Ohm! Man höre, was der große Matthias Claudius schreibt, dass wir hier ein Land bewohnen, wo der Rost das Eisen frisst, wo durchhin um Hütten wie um Thronen alles brechlich ist, wo wir hin aufs Ungewisse wandeln und in Nacht und Nebel gehen, nur nach Wahn und Schein und Täuschung handeln und das Licht nicht sehen, wo im Dunkeln wir uns freuen und weinen und rund um uns, rund umher, alles, alles mag es noch so scheinen, eitel ist und leer. Oder wie wär's, meine Lieben, mit dem Chor des Wandsbeckerboten? Diesseits und jenseits, gleich bestanden beiderseits, von jeder Fessel, wer sich gänzlich abgelöst, der ist an nichts gehangen, nirgends eingepflanzt, dem Dasein, das der Rost zerfrisst, entgeht er frei. So steht also fest, wiederentstehen ist Wehe, nicht wiederentstehen wohl. Kommt es zu wiederentstehen, so ist dies als Wehe zu gewärtigen, Frost und Hitze, Hungern und Dürsten, Koten und Harnen, Feuer, Stock und Schwert kennenlernen und auch vom Beigang, nun ja, das nannte der Buddha, das sexuelle Beiwohnen und Umhang und Umgang mit Verwandten und Freuden sogar Plage haben, kommt es zu wiederentstehen, so ist dies als Wehe zu gewärtigen, kommt es zu keinem wiederentstehen, so ist dies als Wohl zu gewärtigen, kein Frost, keine Hitze, kein Hungern und Dürsten, kein Koten und Harnen, nicht Feuer, Stock und Schwert kennenlernen, nicht wahr, meine Lieben, da muss ich kommentieren, das ist ja das Schlimme, seht mal, Feuer, Stock und Schwert und Gewalt, schaut euch doch um in der Welt, dann wisst ihr schon, was ich meine, ja, im Augenblick eskaliert das Ganze noch viel schlimmer. Und auch vom Umgang mit Verwandten und Freunden sogar keine Plage mehr. Kommt es also zu keinem wiederentstehen, so ist dies als Wohl zu gewärtigen. Das lesen wir oder das hören wir mit dem Chor des Vankerboten. Darum ist natürlich die gepflegte Leichenbetrachtung etwas ganz Hervorragendes, oder, um noch einmal den Buddha zu diesem Thema zu zitieren, die Vorstellung eines Gerippes, die Vorstellung wimmelnder Würmer, die Vorstellung blau-schwarzer Verwesung, die Vorstellung eines zerfressenen Leichnams, die Vorstellung aufgedunsener Fäulnis, das nennt man, ihr Brüder, Kampf der Beherrschung. Da sage ich, wohlgesprochen, Erhabener, wohlgesprochen, woran immer du hängst, lieber Hörer, bedenke, dass es dich dahin zieht. Und wenn du fragen solltest, was denn nun das Rechte oder Unrechte tun ist, welches uns zur Wiedergeburt führt, welches uns zur Wiedergeburt führt, dann sage ich, befrage dein Gewissen. Das weiß Bescheid. Oder mit den Worten des mildesten bayerischen Jugendrichters Dr. Georg Grimm, Maha-Thera Georg Grimm, das Gewissen, das Gewissen ist nichts weiter, als das Sträuben unseres innersten Wesens gegen das bereits als leidbringend und für uns unheilsam erkannte. Wie löst man sich nun von allem und erlebt Nirvana bereits hier im physischen Körper? Wie verhält man sich gegenüber dem Auf und Ab der Gefühle, des Gemüts, der so oft verlockenden Erscheinungen, dieser Erscheinungen, die von allen Seiten auf einen hereinstürmen, die einen so gefangen nehmen? Wie verhält man sich gegenüber dem Durst, der Sehberührung, der Hörberührung, der Schmeckberührung, der Tastberührung, der Denkberührung? Wie entgeht man der Verlockung, der Formen, Töne, Düfte, Säfte, Tastungen, Gedanken? Wie gelangt man jenseits all dieser Nicht-Selbste, jenseits dieses Chaos und ist dennoch? Nun, der Buddha lehrt es uns, im Pfeiler der Einsicht, mittlere Sammlung. Wie aber, ihr Mönche, wacht der Mönch bei den Gefühlen über das Gefühl? Da weiß ihr Mönche, der Mönch, wenn er ein Wohlgefühl empfindet, ich empfinde ein Wohlgefühl. Er weiß, wenn er ein W-Gefühl empfindet, ich empfinde ein W-Gefühl. Weiß, wenn er kein Wohl und kein W-Gefühl empfindet, ich empfinde kein Wohl und kein W-Gefühl. Er weiß, wenn er ein weltliches Wohlgefühl empfindet, ich empfinde ein weltliches Wohlgefühl. Und weiß, wenn er ein überweltliches Wohlgefühl empfindet, ich empfinde ein überweltliches Wohlgefühl. Er weiß, wenn er ein weltliches Wohlgefühl empfindet, ich empfinde ein weltliches Wohlgefühl. Und weiß, wenn er ein überweltliches Wehgefühl empfindet, ich empfinde ein überweltliches Wehgefühl. Weiß, wenn er ein weltliches Gefühl ohne Wohl und Wehe empfindet, ich empfinde ein weltliches Wehgefühl ohne Wohl und Wehe. Und er weiß, wenn er ein überweltliches Gefühl ohne Wohl und Wehe empfindet, ich empfinde ein überweltliches Gefühl ohne Wohl und Wehe.